Die Schwimmstartgemeinschaft Leipzig ist eine Verbindung von mehreren Schwimmsportvereinen in Leipzig. Geschichte Am 25. September 2008 gründeten die Schwimmvereine SCD HfK Leipzig, Lok Leipzig, SV Handwerk, SSV Leutsch, Verschee, V. und der Postschwimmverein Leipzig e.V. die Schwimmstartgemeinschaft Leipzig. Mit der Gründung einer SSG Leipzig starten erstmals alle Kadersportler ab Dekader-Status gemeinsam für Leipzig. Hauptzielstellung der SSG Leipzig ist es, die heutigen Nachwuchstalente gezielt für die internationalen Wettkampfhöhepunkte der Junioren bis hin zu den Erwachsenen vorzubereiten. Die ersten erfolgreichen nationalen Auftritte hatte die SSG Leipzig bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften 2008 in Essen sowie bei den deutschen Juniorenmeisterschaften Hamburg und den deutschen Schwimmmeisterschaften. Meisterschaften Seit der Gründung kann der Verein auf zahllose nationale und internationale Erfolge zurückblicken. Die SSG Leipzig hatte Start aber 2008 Kurzbahn-Europameisterschaft in Rijeka, 2009 Kurzbahn-Europameisterschaft in Istanbul, Junioren-Europameisterschaft in Prag, European Youth Olympic Festival in Taper, 2010 Kurzbahn-Weltmeisterschaft in Dubai, Kurzbahn-Europameisterschaft in Eindhoven, Europameisterschaft in Budapest, Olympische Jugendspiele in Singapur, Junioren-Europameisterschaft in Helsinki, 2011 Kurzbahn-Europameisterschaft in Stettin, Junioren-Europameisterschaft in Belgrad, 2012 Europameisterschaft in Delbrezen, Junioren-Europameisterschaft in Antwerpen, European Youth Olympic Festival in Berlin, 2014 Junioren-Europameisterschaft in Dordrecht, 2015 European Youth Olympic Festival in Tbilisi, Erfolge Erfolge bei deutschen Meisterschaften Offene Wertung 2009 zu 4x Brosse, 2010 zu 2x Gold, 3x Silber, 1x Brosse, 2011 zu 5x Silber, 2x Brosse, 2012 zu 1x Gold, 3x Silber, 5x Bronze, 2013 zu 2x Silber, Jahrgangsmeisterschaften 2009 zu 3x Gold, 9x Silber, 7x Brosse, 2010 zu 17x Gold, 8x Silber, 5x Brosse, 2011 zu 6x Gold, 3x Silber, 6x Bronze, 2012 zu 4x Gold, 2x Silber, 6x Brosse, 2013 zu 3x Gold, 8x Silber, 4x Brosse, 2014 zu 2x Gold, 5x Silber, 8x Brosse, Kurzbahn 2009 zu 2x Silber, 8x Bronze, 2010 zu 3x Gold, 8x Silber, 5x Brosse, 2011 zu 3x Silber, 3x Brosse, 2012 zu 1x Gold, 2x Silber, 3x Brosse, Erfolge in der Bundesliga-Jugend 2009, Platz 2, Platz 3, 2010, Platz 2, Platz 3, 2011, Platz 2, Platz 4, offene Klasse 2009, Beide Mannschaften stiegen in die 1. Bundesliga auf, 2010, 2011, Platz 6, Platz 10, 2012, Platz 5, Platz 9, 2013, Platz 11, Platz 11, Beide Mannschaften in die 2. Bundesliga abgestiegen, 2014, Platz 2, Rekorde Deutsche Jahrgangsrekorde, Graf, Lisa 50, Rücken aufgestellt, 2009, Reinhold, Juliane 100, Lagen aufgestellt, 2009,